Kohlenhydrate sind in aller Mund. Oder auch nicht, denn bei vielen sind Kohlenhydrate mittlerweile verpönt. Aber was genau sind denn Kohlenhydrate? Ihr kennt Kohlenhydrate wahrscheinlich als Kartoffeln, als Reis, als Brot, als Chips, als Zucker und noch vieles, vieles mehr. Aber wie genau Kohlenhydrate aufgebaut sind und ob Kohlenhydrat gleich Kohlenhydrat ist, das wollen wir in den nächsten Videos und erstmal in diesen klären. Wir wollen uns also jetzt mit den Kohlenhydraten beschäftigen. Ja, was sind denn eigentlich Kohlenhydrate? Für die Kohlenhydrate gilt die Summformel CnH2Om. Man würde also wirklich übersetzen Kohle und Hydrat. Tatsächlich ist das ein bisschen verkehrt, denn Wasser ist nicht in der Form enthalten. Aus chemischer Sicht sind Kohlenhydrate Polyalkohole. Wir haben also jede Menge Hydroxylgruppen. Für die Einteilung der Kohlenhydrate gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal kann man sie nach der funktionellen Gruppe einteilen. Das heißt, man unterscheidet Aldosen und Ketosen. Aldosen enthalten eine Aldehydgruppe und Ketosen dementsprechend eine Ketogruppe. Dann kann man sie auch nach der Molekülgröße einteilen. Dabei unterscheidet man einmal die Monosaccharide oder auf Deutsch Einfachzucker. Die bestehen aus einem Zuckerbaustein. Dann gibt es die Oligosaccharide. Oligosaccharide bestehen aus 2 bis 10 Zuckerbausteinen. Und die Polysaccharide, die bestehen eben aus mehreren, also mehr als 10 Monosacchariden und heißen auch Vielfachzucker. Poly-Vielfach ist klar. Zum Verständnis der Kohlenhydrate beschäftigen wir uns also erst einmal etwas genauer mit den Monosacchariden. Dazu müssten wir ein paar Begrifflichkeiten klären. Der erste Begriff ist ein chirales C-Atom. Ein chirales C-Atom ist ein asymmetrisches C-Atom. Das heißt, ein Kohlenstoffatom in organischen Verbindungen, das vier verschiedene Reste hat. Das heißt, alle vier Bindungsmöglichkeiten haben einen anderen, einen verschiedenen Bindungspartner. Das ist ein sogenanntes chirales C-Atom und die kennzeichnet man mit einem Sternchen. Zum Beispiel das Glycerin-Aldehyd, oben Aldehyd-Gruppe und in der Mitte haben wir einen Kohlenstoff, der vier verschiedene Bindungspartner hat. Dabei betrachtet man immer den gesamten Rest, der dort dran hängt. Und man erkennt, man hat das mit einem Sternchen gekennzeichnet. Dadurch entsteht auch eine besondere Form der Isomerie, die sogenannte Spiegelbild-Isomerie oder auch optische Isomerie. Warum optisch, darüber reden wir nochmal genauer. Zur Erinnerung, Isomerie bedeutet, wir haben eine gleiche Summformel, aber unterschiedliche Moleküle, also einen unterschiedlichen Aufbau im Molekül. Und am Beispiel des Glycerin-Aldehyds können wir hier einmal sehen, wir haben einmal in der Mitte das chirale C-Atom, das asymmetrische C-Atom und dort befindet sich einmal die Hydroxyl-Gruppe auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Und ich kann durch Drehen an den Einfachbindungen auch nicht die linke in die rechte Form überführen. Das heißt, es sind zwei verschiedene Isomere und links haben wir das L-Glycerin-Aldehyd, rechts das D-Plus-Glycerin-Aldehyd, links steht in dem Fall für Lateinisch leevus, dementsprechend mit L abgekürzt und das Minus steht für linksdrehend. Das D wirkt jetzt erstmal seltsam, kommt aber auch aus dem Lateinischen und heißt Dexter, wie die Fernsehserie. Und das Plus bedeutet, es ist rechtsdrehend. Links und rechtsdrehend, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dabei geht es um die optische Aktivität, mit der wir uns in einem anderen Video nochmal genauer beschäftigen. Gut, kommen wir also zur Struktur der Monosecheride. Wir betrachten das mal am Beispiel der Glucose. Glucose ist eine sogenannte Aldose. Wir haben oben eine Aldehydgruppe und dann haben wir insgesamt mit dieser Aldehydgruppe sechs Kohlenstoffatome und an jedem weiteren Kohlenstoffatom hängt immer noch eine Hydroxylgruppe mit dran. Und das führt dazu, dass wir insgesamt vier chirale C-Atome haben. Wir haben vier verschiedene Kohlenstoffatome mit jeweils vier verschiedenen Bindungspartnern. Das ist die sogenannte D-Plus-Glucose und umgangssprachlich ist das der Traumzucker. Um sich die Stellung der Hydroxylgruppen zu merken, gibt es diese einfache Regel, nämlich wie die Feuerwehr Tatü-Tata. Ta heißt, die Hydroxylgruppe steht rechts, Ty heißt, sie steht links. Unsere Glucose ist eine sogenannte Hexose, das heißt, sie hat sechs C-Atome. So, jetzt gucken wir uns doch die D-Glucose nochmal etwas genauer an. Wir haben unsere vier chiralen C-Atome und wir haben oben unsere Aldehydgruppe. Und weil wir dort oben die Aldehydgruppe haben, ist das Ganze eine Aldose. Die Schreibweise, die wir hier sehen können, ist die sogenannte Fischerprojektion. Die schreibt man folgendermaßen, die am höchsten oxidierte Gruppe, die kommt ganz nach oben. Die restlichen Kohlenstoffatome in einer Kette darunter und das Kohlenstoffatom, das chirale Kohlenstoffatom, welches am weitesten entfernt ist von der Aldehydgruppe, von der am höchsten oxidierten Gruppe, das gibt an, ob es D- oder L-Glucose ist. In unserem Fall also D-Glucose. Jetzt betrachten wir mal ein Monosaharit mit einer Kette-Gruppe. Der deutliche Unterschied ist, dass wir jetzt also zwar die am höchsten oxidierte Gruppe oben haben, allerdings nicht ganz oben, weil dann wäre es ja wieder eine Aldehydgruppe. Wir haben hier also eine Kette-Gruppe. Es handelt sich um eine Ketose. In diesem Fall eine D-Fructose. Und so lassen sich alle weiteren Hexosen einteilen nach Aldosen und Ketosen. Und hier seht ihr mal eine Übersicht über alle möglichen Aldosen. Ein paar werden euch auch bekannt vorkommen. Weiter geht's jetzt im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen oben da, abonniert meinen Kanal und lasst das Glöckchen klingeln. Ich hoffe, das Video hat euch gerade